I'm a dude, I'm a dude, I'm a dude Moin Leute, zurück bei Outlast Immer noch im Keller, wen wundert's Ich bin noch mal am überlegen, wie ich an diese scheiß Geräte komme, die ich anschalten muss Vielleicht kann mir die Karte weiterhelfen Also wir sind da Ich gehe hier rechts in diesen großen, achso, wartet mal Geradeaus durch sind noch zwei Räume Ich hab da nichts gesehen Ich muss es noch mal versuchen Okay, geradeaus durch Wir laufen einfach noch mal Nein Hier oben Das Ding ist doch schon an, Mensch Okay, ich bin jetzt gegenüber Das heißt, auf der anderen Seite Also auf dieser Seite muss noch eine Tür sein mit dem Raum Das wäre wesentlich einfacher, wenn ich ihn alle rüberziehen könnte, aber So ist das ja nicht gewollt Oh oh Er ist hier Nein Das ist nicht dein Ernst jetzt Nein, das ist nicht dein Ernst Ich hab das Gefühl, er kann nicht ganz so gut im Dunkeln sehen Das Problem ist, wir bald auch nicht mehr Wenn ich keine Batterien mehr habe, dann werde ich das ja nie finden hier unten Boah, Hilfe Okay, es wird Zeit raus zu gehen Auf der Seite, auf der Blut, auf der Seite Da muss noch ein Raum sein Hier ist kein Raum Da gibt es hier keine Schränke zu verstecken Da gibt es keine Schränke zu verstecken, okay Wir chillen einfach Okay, wir müssen jetzt den Generator starten Bleibst du hier unten, Dude Ich hoffe mal nicht, dass der Typ nochmal auf die Idee kommt Falls ich das hinkriege, das Ding anzuschalten Hier wieder Den Strom abzuschalten Okay, ich hab's mir anders überlegt Hau rein, Bruder Wir sehen uns irgendwann im nächsten Leben Bin ich gerade falsch gelaufen? Wozu höll ich bin ich hier? Oh mein Gott Wozu höll ich bin ich hier? Nein Ich hab ein bisschen Raum gefunden, wo ich hin muss Irgendwann mal Wenn ich noch mal überlebe Oh mein Gott Oh mein Gott Darf ich nach links? Schreibtische Ah, hier ist voll Super Okay, ich muss mal merken Wir müssen hier raus und dann nach links, glaube ich, oder? Ich glaube, wir sind von links gekommen Weil ich vermute mal da, wo ich mich zu ihm versteckt hat, wo er mich wieder gefunden hat Da müsste ich auch irgendwas drücken, oder? Oder kann ich einfach jetzt zu diesem Hauptraum gehen? Nicht zuerst mal Ich weiß es nicht Ich hab, die Batterie ist gleich leer, dann hab ich nur noch eine Ist das schwierig Okay, wir müssen nicht nach links War das hier? Gibt's hier nicht irgendwo eine fucking Batterie für mich, Mann? Oh doch Gott sei Dank Okay Okay, okay, okay Ganz ruhig, ganz ruhig Meine Orientierung ist etwas sehr im Arsch gerade Hä? Wartet mal Wo müssen wir denn jetzt hin? Vielleicht hier? Okay Okay, hier sieht rot aus Strom Ich hätte gerne einen Schrank, wo ich mich verstecken kann Hallo Nur für einen Augenblick Ich hab so das Gefühl, er kommt gleich hierher Dann hatten wir ja gerade echt Glück, dass wir diesen Raum durch Zufall gefunden haben Beim Weglaufen Hammer mir Okay, wir müssen jetzt zurückfinden in den Hauptraum Und da den Schalter betätigen Wo er die ganze Zeit rumchillt Wieso musste der jetzt unbedingt dastehen? Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich hin muss Oder doch Vielleicht Wartet Wo ist der Raum? Wo ist der Raum? Ja, dieses Ding da Drück den Schalter, drück den Schalter, drück den Schalter Jetzt raus hier Links Oh mein Gott Hoch Lauf da, hoch Ich hätte die Tür zu machen sollen Okay Sicherheitsraum? Sicherheitsraum Warum? Keine Ahnung Tür ist kaputt Rein in den Schrank Oh Gott Schön, dass es hier so ruhig ist auf einmal Okay Ich würde dir gerne die Tür zumachen, aber So Was? Nein, 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 nein Was zur Hölle? Sorry, mein Sohn Ich wollte das nicht machen, dass du dir machen musst Aber du kannst nicht weg Nicht noch Es ist noch so viel, um dich zu sehen Das ist nur so Du siehst Kannst du? Mein Herr, der Wallrider Er zerstört seine Wahrheit In den Unbeliever Der einzige Weg aus diesem Ort ist die Wahrheit Akzeptiere das Gospel Und alle Türen werden vor dir öffnen Wahnsinn Toll Also kann ich jetzt nicht hier rausgehen Bevor Oh mein Gott Ich will nicht noch mehr sehen Nein, bitte nicht Shit Okay, das dauert gerade sehr lange Das Laden Gummizelle Nein Nein Hauptsache die Kamera habe ich noch Oh mein Gott Zum Verstecken? Wie jetzt? Wo soll ich mich denn? Oh Alles klar Notiz Alles klar Bestecken Notiz lesen Vater Martins Zelle Der Priestervater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen Glaubt, ich sei sein Zeuge für welchen Für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer Dieser Doktor Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist Aber er ist vor mehr als zehn Jahren gestorben Ruhe und Frieden Steht mit Blut an die Wand geschrieben Okay Darf ich jetzt Prison Break machen, oder? Komm ich hier vielleicht so Oh, nein Nein, nein, du siehst mich nicht Du siehst mich nicht Du siehst mich nicht Du siehst mich nicht Ihr könnt vergessen, dass ich da jetzt rausgehe Das knickt schon mal sofort Ich muss hier rausgehen gerade, oder? Oh mein Gott Oh mein Gott Mein absoluter Albtraum ist wahr geworden Das ist nicht gut Nicht gut Oh mein Gott Das ist überhaupt nicht gut Ups Hast du eine Batterie für mich, Bruder? Shit Niemand Oh, okay Tschüss Ah, hat er? Okay, tschüss Das reicht mir Oh mein Gott Du hast Vorstellungen, mein Freund Habt ihr Batterien hier irgendwo? Zufällig Maybe Wie komm ich hier raus? Kann mir das irgendjemand noch verraten? Ah Okay, hier ist Kein Ausgang Entscheidend Batterien Das finde ich äußerst unhöflich Das finde ich äußerst unhöflich Du bist wohl doch in die andere Richtung Okay, Jungs Ihr chillt einfach nur runter Okay Und du Bruder Bleib ruhig Ich geh ja schon Bleib ruhig Ich brauch dringend Batterien Nein, das ist nicht dein Ernst jetzt Wo ist der Ausgang? Okay Ob ich bei den Jungs dabei muss? Ich mach mal zu hier Du fühlst dich ja hoffentlich nicht gestört, oder? So, Jungs Wir müssen hier mal Oh mein Gott Sehen die Diese Zwillinge, oder? Ha Okay Ähm Okay, an dieser Stelle weiß ich nicht, wo ich hin muss Cool Achso Hab ich gerade zugemacht Ja, dann Geben wir halt noch mal runter Vielleicht Oh Gott Jetzt hab ich wegen der Idiot nachgeladen, ey Volltrottel, oder was? Alles deine Schuld Meine letzte Batterie Shit Fuck Okay, okay, okay Komm, komm Spring, spring Komm, komm Wo war denn unser Springer hier? Na? Jetzt gar nicht mehr so mutig? Haha Oh mein Gott Was ist hier? Ich würde jetzt wirklich Gern wissen, wie ich hier rauskomme Du bleibst schön Oh mein Gott Und dem, was sie mit euch angestellt haben, kann ich das verstehen, dass sie so durchdreht Ganz ehrlich Aber ich kann da auch nichts für Oh Interessant Kann ich die Tür schließen? Ähm Ha, super Aber wo muss ich Ah Ja, es wird geschmeidig, geschmeidig bleiben Okay, ich gehe ja schon, tschüss Bist die Tür Ich? Wo muss ich denn hin? Batterien, Freunde Ich brauche dringend Batterien Oh verdammt, ich muss bei den Irren lang Aber nicht in dieser Folge in der nächsten Bis zur nächsten Folge, Freunde Bis dann, euer Dude 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 Vielen Dank.